Ja, herzlich willkommen zu einer Runde Prop Hunt mit den üblichen verdächtigen Gamestar-Vögeln. Jetzt muss ich dafür meine Sonnenbrille aufsetzen, damit das auch besser klingt. Wir haben hier mit dabei Craps1. Hallo. Shodinja. Hallihallo. Wolfskin. Guten Tag. Dardosh. Hallo. Darduka. Ja. Grant. Moin. Moffzockt. Und, oh, jetzt kommst du weg. Ralfinger-Elfee. Auch am Start. Hallöchen. Hallöchen, Fischkorb. So, Prop Hunt, ihr kennt das Spiel. Nee. Ich sehe auch noch verdammt gut aus dabei gerade. Ich bin der Zombie. Ihr müsst alle 30 Sekunden, müsst ihr ab jetzt sofort auf drei drücken. Nein, das ist eine Lüge. Obwohl, warte mal. Das ist die Beschündigung der Wahrheit. Ab drei Minuten. Ab drei Minuten, einmal in der Minute. Die Madden ist relativ klein, würde ich sagen. Ja, du kannst doch nicht sagen, ich bin ein Lübner. Nee, ich würde, naja, ein bisschen. Ja, aber ich kann es trotzdem nicht sagen. Ja, warum gar keiner, ihr? So ein bisschen Lüge, ne? Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt waren Bruder bei die Fische. Ich würde das nicht sagen. Ey, cheat. Wie cheat. Du kommst, du liest dich nicht nehmen. Du warst schlecht zu nehmen, verstehst du? Okay, die brauchen wir auch nicht wieder aufhören. So. Und wer schlecht zu nehmen ist, dann, äh... Schlecht zu nehmen. Hier gibt's ja Zombies, ne? Ich danke, dass wenigstens einere Merkt hat. Ja, wer schlecht zu nehmen ist, der wird halt erschossen. Ja, hier gibt es Zombies. Oh, nein, ey. Sind die alle im Keller oder wo sind die? Wo ist gewollt? Holy shit. Ich bin auf einer Kellertour. Wie der gerade toll an Wolfchen vorbeigerand ist, der sich nur im Kreis gedreht hat. What? Wo war der? Ah! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo sind die Sucher denn alle? Im Keller. Da war der... So, überall. Darfst du uns weggelaufen? Gerade oben im ersten Stock geht's richtig ab. Genau bei mir. Oh, jetzt geht Krebs wieder hoch. Nein! What? Oh, du Saftsack. Leute, was macht ihr da? Aber er hat noch wen mitgerissen. Die sind mich hier gestorben. Ja, weil du alles getroffen hast, was da lag. Ja. Ich hab mich schön hier in die Story der Map eingebunden. Wo sind die... Ja, das muss ich auch. Respekt dafür. Ach, da ist... Ach, du heiliger Schein. Hast du einen erzählerischen Moment hier, oder was? Wait. What is wrong with you? Das war doch hier oben, oder? Alter, Dalu, ey. Das ist der Hammer. Hahaha. Okay, ich geh mal zu Dalu. Ach, geht nicht. Hahaha. Scheiße. Sag der Sucher, ey. Scheiße. Ich glaub, dass das hat der Team. Oh, jetzt darf nur nicht dieses Wata-Ding in kommen. Wo-ha. Call on me vielleicht. Oder ein schöner Song. Ja, genau. Weiß, wo du bist, aber ich kann deinen Gegenstand trotzdem nicht sehen. Please come again. Please come again. Wow. Oh, hier wird abgeholzt, ey. Oh, ja. Hat nur leider nichts gebracht. Und... Hat er gedrückt? Nooo. Das ist nicht meiner. Das ist nicht meiner. Das ist vielleicht... Marv ist das, ne? Oh, Marv steht da aber auch gut. Ja, das muss man aber machen bei dem Lied, leider. Kann man so ne Schachfigur sein? Ist das YouTube ein bisschen... Weißte? Aber Wolfskin hat sie. Hahaha. Was war's denn? So, Dalu, bist du noch am Leben, oder wie? Das geht euch gar nix an. Dalu ist ein Zombie draußen. Achtung, Dalu ist Traitor. Dalu ist Traitor. Dalu ist Traitor. Dalu ist Traitor. Ernsthaft. Dalu? Was ist da los? Wo ist die Sau-Sack-Sau? Das... Das Ding ist... Das Ding ist... 19 Sekunden muss er sich nochmal... Ja. 15. 14. Verteilt euch! Das war zu viel für Chris. Verteilt euch! Steht nicht nebeneinander! Das war zu viel für Chris. Er muss jetzt gleich drücken. Sehr gut. Komm, gib mir den Leicht sein alles. Und... Drücken! Hahaha. Hahaha. Super. Wie, das war's? Ja, das war's. Ne. Wie passend. Ne. Mach mal 10 Sekunden nochmal. Ja, ich mach nochmal. Gleich. Das Versteck ist einfach zu gut. Du hast eh nur noch einen Sucher, oder? Das Geile an dem Versteck ist ja das, was am Anfang passiert. Sondern das darf ich gleich... Ach, Wolfskin Shiona. Was ist jetzt los? Ich bin so gespannt. Ist da ne Banane? Ist da denn? Nooo! Ne. Was war's denn? Was war's denn? Ich hab's gesehen, aber was war's? Hey, was warst du denn? Das... Ihr standet ja... Ihr hatte dieses Herz am Anfang aufgehoben. Und ich war auch ein Herz. Und du stehst so auf mir drauf und zeigst ihm... Guck mal, hier ein Herz. Und so. Und ich lieg direkt da drunter. Achso, lol. Und ich hab's doch schön durch die Gegend geworfen. Das war cool. Das war cool. Geht bald los. Lass mich vorbei. Ja. Alter, gib's doch nicht. Boah, ist das nervig, dass der Bildschirm hier nicht schwarz ist. Ja, aber mir auch. Ich hab's doch den Bug. Das sieht so gut aus. Eher aus wie epileptischer Anfall. Ahhhh. Fünf. Hat aber auch schöne Effekte, ja. Ja. Ah, normales Bild, danke. Von dem ich nicht weiß, wie gut es ist. Ich werd das mal ausprobieren. Ey geil. Okay Mädels. Wo seid ihr, ne? Ich denk mal erstmal oben. Keiner ist mit dem Keller runter. Wenn einer da festhängt, muss was Großes sein. Ich war vorhin in... Was war ich? Ein Blumentopf. Das ist eigentlich groß. Das ist klein gewesen auf der anderen Seite. Wie der rumpelt denn da rum? Entschuldigung. Ich hab was an der Kamera ausprobiert. Ich mach hier ein paar Special Effects. Weißt du, wenn ich schon irgendwo rumliege und nichts mache, dann muss ich die Leute auch irgendwie anders noch unterhalten. Manchmal zieh ich mich auch aus. Während der Matches. Oh ja. Und wieder an. Und wieder an. Ist sicherlich oft so der Fall. Der Bonus. Erwischt. Ich kann mich nicht bewegen. Was auch ein Regal. Zu schwer oder was? Also ich bin saugut versteckt gerade, Leute. Ja. Sau gut versteckt. Der Krabs war nicht so gut versteckt übrigens. Krabs, warum machst du das? Warum warst du überhaupt beim letzten Workshop nicht dabei? Wo ich verstecken gelehrt habe? Das war so episch, ey. Das war so episch. Und danach hatten wir doch schon Feierabendbierchen und so. Das war richtig lustig. Dann haben wir uns noch unsere Probleme erzählt. Nein, schlag mich nicht. Wer von euch hat eigentlich die Waschmaschine angelassen? Oh, das ist nicht auf mich. Schmeiß keine Granar noch. Wer knetet dir den Hintern durch? Was? Was? Die Waschmaschine? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Dado hinter dir, Vorsicht! Hallo, magst du mir raushelfen? Ich glaube, ich häng auch fest. Ich glaube, Dado ist Detective, oder? Danke. Oh, ist der Oberst von Detective. Administrator. Der kommt sich gleich das Radar ein. Oder die Granate, wie gesagt. Oh, das Radar könnte ich ja auch gut gebrauchen. Nein, guck mal! Ja, ja. Ich hab ihn, ich hab ihn. Erster Stock, erster Stock, ne Kiste am Boden. Oh, die Schachfiguren wären geil. Verstellt hier zum Schachbrennstellen. Was war das? Ich hab ihn doch umgesummt. Was ist denn hier los? Lalalala. Ich bin ein bisschen aufgegangen. Nein! Großkind! Hör hier! Wo ist er das Senkrecht? Das ist verfällig. Wo war er denn da? Alter! Was bin ich? Nein! Nein! Warte, warte, warte! Leise, 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 leise! Und F3! Nein! Da ist er! Er ist ein Herz. Nein! Ey, dass ich dich nicht erwischt hab. Er ist ne Waschmaschine. Er ist ne Waschmaschine. Er ist ne Waffenbox. Nein! Ich lass ihn noch mal ein bisschen rumlaufen. Wo ist er denn? Hier unten ist er. Ich seh ihn auch. Er ist jetzt bei der Couch. Nein! Nein! Okay. Das ist ein Herz, Mann! Das ist schön! Ihr schrankt! Oh geil, ey! Geil, auch als Herr... Ich hab Schränke, ey! Keine Scharke! Ja, stimmt! Voll so mega dreist! Oh! Ey! Ja! So, was jetzt? Ey, Fischkrab, wir sind jetzt die Jungs, die die Verstecker suchen. Näh! Moment, Moment. Was heißt? Ich seh grad was. Ja, aber wie gesagt, es gibt's hier keinen Black Screen. Das hatten wir schon besprochen? Wurde das schon? Auch das wurde schon angesprochen. Du sollst halt mal hier dich verstecken jetzt. Ey! Nein! Ah, da! Eine Flasche! Eine Flasche! Wie geil das war. Wo ist die Flasche hin? Da, eine Kiste! Nee, hä? Wo bist du denn oben? Herz! Vorsicht, Herz! Hier hinten, Herz! Überall ist er. Irgendwer ist hier reingelaufen. Irgendwer ist in den Raum hier reingelaufen. Ich bin wieder an dir vorbei, du Blindfisch. Ja, genau. Okay, hier, warte. Da! Jawoll! Verdammt, ich hab am Anfang irgendwie, konnte ich mich in nichts verwandeln. Was ist denn hier los? Oh, Reif, auch nicht schlecht. Das ist aber voll gemein, wo steh ich denn hier? Die Lampe! Marv übertreibt mal wieder, ey. Was denn? Dalu ist auch interessant. Ähm, Dalu ist immer sehr interessant. Ja, Dalu ist von Natur aus ein sehr interessanter. Schön, dass ihr das alle wisst. Geil. Leute, behaltet bitte die Hände an der Maus, ja? Das verstehe ich nicht. Wieso hat Dalu auch einen rasierten Hintern? Das ist so unangenehm in Sommer. Echt, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Haben wir das in der Aufnahme eigentlich? Nein. Ne, ne? Ne, 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 ne. Ich weiß nicht, wovon der redet. Marv hat sich nämlich den Hintern rasiert. Ne? Ah! Ach, Mann! Oh, da, da war's. Guter Versuch. So ein steiger. Richtig. Das Geile ist ja, wenn man lange genug drauf guckt, dann wird einem der Name angezeigt. Ja, ich dachte, du gehst halt wieder weg. Ah, ja. Jaja, das denken viele. Ja, also Ralf werdet ihr nicht finden. Der hat mich übrigens am Anfang der Runde verraten, wollte ich nur mal erwähnen. Wie denn? Ohne, dass er das bemerkt hat. Was sagst du denn so? Ah! Dalu, Dalu, Dalu. Nein, Ralf. Hier ist noch Ralf. Shit. Wer war das denn, der mich da entdeckt hatte? Jetzt stehen bleiben so Ralf. Ja, das war jetzt zu kämpferisch. Marv war Treib wieder. Da hast du zu schnell Angst gekriegt. Ja, Marv ist... Oh, oh. 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 Warum denn die Waffe? Weil sie ist doch gar nicht da. Einfach mal mitmachen. Oh. Oh. Ganz heiß. Ganz heiß gerade. Ja. Au! Au! Janine ja übrigens, das macht dir Schaden. Oh! Ich stand weiter weg, als... Ja nein, 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 es ist egal, wie weit du wegstehst, vor jedem Gegenstand, den du triffst, und der kein Prop ist, bekommst du Schaden. Ach so... Sag mir das doch. Denn... Aua! Was ist denn hier? Oh! Oh! Oh, oh, oh... Ich glaub, er ist draußen! Ich glaub, er ist ein Auto! Der steht vor der Tür. Ich glaub, er ist ein Auto. Wenn man gleich rauskommt, sagt er, ey, ja, ich warte schon hier 20 Minuten. Wo bleibt ihr denn? Die anderen sind schon längst los. Ich glaube, Marf ist einer der Hosen, die unten an der Wäscheleine hängen. Ich dachte, Marf ist der unten in diesem Kanal. Die mit dem Loch hinten drin. Hat das wieder mit dem basierten Hintern zu tun? Ey, was ne Folge. Kaffel ist schon mal zu Besuch. Und Kaffel ist schon so, mmh. Okay, ganz kurz. Jetzt mal ganz kurz. Ja, kommen wir mal bitte. Das Schöne ist, dass so ein kleines Loch reicht bei so einer kleinen Krabbe. Oh, Alter. What? Hatten wir nicht eben das Thema, dass nichts... Okay. Fünf Sekunden noch, dann gibt es wieder F3. Ja. Okay, ich bin oben. Und los. Ja, sehr schön. Warterschön. Weit weg. Mal unten. Mit der Schick-Dinner, würde ich sagen, Leute. Mal weit weg. Diesmal haben wir es. Diesmal haben wir es. Ja, ich glaube auch. War das perfekte Dinner? Will ich in der Nähe davon? Ja, das ist gemein. Jeder ist... Wer im Haus... Alle, die im Haus sind, sind auf jeden Fall richtig. Das ist gut zu wissen. Dürfen Tote eigentlich noch was sagen? Ey! Ja, ja klar. Da halten können wir es ja. Wir sind ja alle tot. Aber jedes Mal denke ich, ich muss meine Stauze halten. Ja, ich denke es auch. Ach, du kannst doch wohl was sagen. Du kannst es auch gerne durchziehen. Hallo da, hallo na? Willst du noch einen Drink einladen? Los, Mars, komm. Von mir heißt Faust. Hi, it's finished, it was Sharon Wow. We'll be saying, wow, I'm going to use this towel. Wow, I use this towel. Vier, drei, drei. Oh, das ist es. Zeig dein Versteck nicht, zeig es nicht, zeig es nicht. Doch, zeig, wo bist du? Ja, du stehst quasi nie mit ihm, Craps. Das ist genial, oder? Oh, jetzt hat er ihn gehabt. War gut, war gut, Craps. Jetzt hat er ihn gehabt. Deine Ecke. Oh, shit. Wascht mich doch. Oh, Marv steht genau vor mir. Warte, warte. Wie lange noch? Zehn Sekunden. Eins, null. Jetzt. Hat dir Angst gemacht, ne? Ich habe gerade einen Sekunden. Ich sehe gerade Fischkopf, ein Prozent. Ja, dann ist er vielleicht genau vor dir. Also das war es ganz klar. Danke für die irgendwo. Da muss er hier irgendwo sein. Wie jetzt? Wollen wir einfach eskalieren und unsere Kräte... Jawohl! Jawohl! Herrlich. Das habe ich auf diesem verzehrten Bildschirm gesehen. Da stand auf einmal mal Fischkopf ein Prozent. Super. Freut mich. Das lief gut. Das war eine tolle Runde. Was warst du denn, Fischkopf? Was? Eine Flasche, oder so, oder? Ja, nein. Und in-game? Auch eine Flasche. Das hat er ja gegeben. Hier, die Kiste! Nein! Oh! 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 Wo bist du denn? Wer von euch ist denn das da unten mit dem Dings? Mit dem... In der Hand. Ja, mit dem Dings am Finger. Nee, in der Hand quasi. Nicht am Finger. Oh! Oh, da habe ich den Nächsten! Weggeschossen! Da hat jemand geschossen! Shotgun! Ich bin alle meine Deckung. Ihr müsst die TTT-Wilze lassen, Leute. Irgendwann kommt die Witzepolizei, und dann treten die uns hart in die Eier. Oh, da ist Grenz. Aber bevor das passiert, Fischkopf, ja. Ich bin auch kaputt, das bist der du. Wie kannst du mich machen, ey? Wie nah bin ich denn gerade? Das ist eine Fake-Reichel! Ich habe gerade wirklich nach Grenz geschossen, der auch Hunter ist. Das war total bescheuert. Hätte ja klappen können. Ich glaube, ich eskalier einen von... Wer ist das hier? Alter! Ich sehe es noch nicht mal. Da doch, schau doch einfach die Granaten. Ach doch bitte. Nee, nee, nee. Da habe ich nicht so Bock drauf. Okay. Also, warte mal. Wer ist das hier? Ich glaube, hier ist keiner. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Ja, passt. Du hast viel gelernt von meinem Workout. Das ist mir nicht gut. Mal einer, der aufgepasst hat. Danke, danke. Bitte weitermachen. Das Schönste ist, dass die Hunter gerade vergessen haben, was zu tun. Nee, wir sagen das absichtlich nicht, weil ihr einer weniger seid. Nein, wir machen das erst bei 2 und 1. Weil sie so sozial sind. Nein, nein. Weil 2 und 1 machen wir das. Achso, ja. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Das ist in Ordnung so. Kleine Map. Kleine Map. Nee, nein, nein. Wir sind einer. Ihr seid einer. Da ist er. Nein! Nein! Wo ist er denn von? Er rennt runter. Ja, er geht nirgendswohin, ey. 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 Ja, er geht nirgendswohin. Ja, er geht nirgendswohin. Wieso willst du noch so top haben? Gramps? Du musst mir helfen. Ist das richtig oder so oder nicht? Du musst mir helfen. Nrg. 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 Okay, warte, das geht jetzt aber nicht. Alter, wie geil war das denn jetzt bitte? O.i.: Oh, Gott, ey, endlich. So, Gramps? Woll ut mich verarschen? Ich weiß nicht, was du genau willst. Ja, das sieht natürlich aus, ey. Jaaa. Okay, ich hatte n Tipp bekommen gerade. Irgendwas, was nicht so natürlich aussieht. Aua. Ja, Crap, sauber. So muss das sein. Oh Gott, da ist er so gut. Joa, wir müssen bretten. Du müssen bretten. Ich hab keine Granadebeer. Der geht hoch, der geht hoch. Und jetzt? Hinten rechts in den Raum ist er. Hinten rechts in die Kamera. Genial, ey. Blöde Brett, ey. Sehr gut. Ich wusste nicht, warum das Kackbrett steht. Mav, ey. Auch wieder super. Was hast du denn hier? Was hast du denn hier? Da läuft ein Brett, du bist ein Brett. Schön, dass wir nicht drücken müssen. Danke dafür. Das mit den Bretten hab ich nicht verstanden. Du bist ein Brett. Ja, das Brett ist ein Brett. Ich seh dich nicht. Doch, da wollte ich auch im Boot Dadusch ist. Aber ich hab irgendwie nie geschafft, dieser Prop zu werden. Was ist er denn? Teppich? Nein. Reine Wand. Teppich? Ein Vogt. Ich seh ihn halt echt nicht. Okay, was ist hier los? Ich glaub, mit der freien Kamera, glaub ich, kann ich ihn finden. Wie geht denn die freie Kamera? Leer Taste. Und Mava wär so ein richtig billiges Verstechen. Aber es ist effektiv. Ich bin gespannt, ob wir die Runde sind. Oh, oh, schon in der C war wisch und weg. Wird interessant. Hä? Und wieso hat man hier eigentlich keine Taschenlampe? Das macht mich total schwierig. Oh, er eskaliert. Ja, sauber. Ich muss den schon wieder nicht drücken, aber das erwähne ich nur mal. Warum bin ich gestorben? Mava ist trotzdem gedrückt. Ich bin einfach so umgekippt, Freunde. Ja, wahrscheinlich hast du wieder irgendeinen Mist gemacht. Ich hab auch was drauf geschlafen oder so. Ich hab geguckt und gehorcht. Mehr hab ich nicht gemacht. Kann ja nichts werden. Oh, oh, nein. Ich weiß, wo ich bin. Woll dich auch hin. Woll dich auch hin. Also dadurch finden sie... Sind sie keine Props. Ähm. Es ist so offensichtlich, aber es ist so gut, ey. Das ist immer so. Die offensichtlichen sind irgendwie immer die besten. Ist er denn? Super. Negative. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ist er das hier? Drücken. Oh ja, okay. Boom Headshot. Das schaffst du ja. Gute Chancen, ey. Könnt was werden. Ist das hier? Der hat sich zwischen uns ausgetragen. Ja, wir sind schon so ein Pro-Team, ey. Bist du? Okay, ich gebe euch den Klang. Ich bin in einem Haus. Und das hat Treppen. Sag mal eben kurz, welcher Gegenstand du bist. Okay, ich bin eine Wand. Das glaub ich dir. Ich bin die Lampe an einer Wand. Fuck, das ist raffiniert. Stimmt nicht. Glaub ihm das nicht. Wieso nicht? Glaub ihm das nicht. Meinst du, der hört sich an? Glaub ich. Was haben wir gelernt? Ach so, ja du hast recht. Erste Stunde. Ja, er hast recht. Zweite Minute. Nicht den anderen glauben. Der Gegner sagt immer was anderes. Obwohl ich immer noch nicht verstanden habe. Dass den Leuten nicht auffällt, dass an deiner Uhr die Zeit nicht weiterläuft. Ja, ist komisch. Also, ich bin eine Flasche. Das kann ich sagen. Und ich hab gewonnen. Das kann ich auch sagen. Selbst ein sich ist der erste Weg zu besser. Hey, sag nicht so aggressiv. Wo seid ihr denn? Ach da oben. Was geht ab? Hier. Hier. Okay. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich kann nicht sehen. Geh mal weg da. Wie diese Panik am Anfang. Ich komme auch nicht raus. Lass mich durch. Oh mein Gott. Hängen sie fest alle. Oh, fünf Sekunden noch. Fünf Sekunden. Vier. Drei. Zwo. Los. Bei mir geh ich schnell los. Und bei dir? Ja, ich auch. Bin unterwegs. Okay, ich auch. Da, ich sehe einen. Ja, das Fischkopf. Das ist ja witzig. Das ist ein Schrank. Oh, ich hab was falsch gemacht. Ich hab einen ganz großen Fehler begangen. Warte mal. Ist das normal? Bestimmt. Ist das normal? Bist du normal? Das ist wohl alles normal. Das ist wohl alles normal. Oh, ich sehe wie im Krupp sich bewegt. Das ist nicht gut. Die Leute, ihr könnt da nicht rumlaufen da oben. Ich muss wieder die Brille aufsetzen. Nein. Hau ab. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Was ist denn hier los? 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 Dann klapp ich. Nein, 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 nein. Oh. Ja, musste. Musste. Codebord. Codebord sterben. Oh oh. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was denn? What the fuck, Fischkopf? Was denn? Voll gefährlich. Was ist denn? Fischkopf, what the fuck? Ja, was ist denn? Geil bist du, ey. Ich bin richtig Dingsack, Alter. Ja, richtig geil. Ich habe so einen Dingsack, der quillt schon überall raus. An den Seiten, vorne, hinten. No way. Bilder aus meinem Kopf. Wenn ihr wüsstet, ne? Was mein Kopf ist, ne? Das ist so genial. Schlach mich weg. Okay, jetzt entsiegt mich schlecht. Und dann haben wir ihn locker gefunden. Ja, ja. Die haben auch noch viel zu viel Zeit. Seid ihr schon alle tot? Ähm, Leute. Cramps. Cramps. Was denn? Ach, scheiße. Und drücken. Drücken. Wie drücken? Ja, drücken. Bei zwei, die sind einer weniger. Ach man. Lass ihn doch. Ach, Quatsch. So gut ist er nicht versteckt. Das ist besser. Und alle laufen woanders rum. Voll cool. Oh, ja. Hallo. Hallo. Ich denke, dass ich das verstehe. Das ist so stumpfgeil, ey. Ja. Ich bin wahrscheinlich irgendwo mitten im Raum. Wie leicher denn das? Wie leicher denn das? Wie leicher denn das? Ich wollte mich auch schon mal als Denkenlampe tanen, aber das mit dem Klo hat nicht geklappt. Nein. Genau das wollte ich in der zweiten Runde machen. Und der Stuhl ist aber umgekippt, als ich mich geklappt habe. Und deswegen dachte ich, komm, das muss es dann. Er macht genau dasselbe. Scheiße. Scheiße. Der war richtig gut, ey. Vor allem, weil der andere Stuhl sich schon in den Raum reingeflippt war, ja? Ne, ich hab den ja extra dahin geschmissen. Ich bin ja extra dahin gelaufen. Hab ihn dahin gelegt und bin dann wieder zurückgelaufen. Und das war ganz knapp. Aber dein Stuhl, also für mich sah das aus, als würde da falsch rum am Tisch stehen. Echt? Ja. Mhm. Bei mir auch. Oh nein. Ich dachte schon, ey, wie stumpf ist das denn? Einmal so einen Stuhl falsch rum da hinstellen. Wir kommen in neun, acht, sieben, sechs, fünf, was machst du hier? Bier. Alter, jemand hat die Tür hier gerade aufgemacht. Bier. Bist du unterwegs? Bier. Bist du das da? Gin Tonic. Ja. Ich weiß nicht wohin. Oh. Du Sackwolfskinning. Glaub du Sack. In dem Wolfskinver brauchst du nicht starten oder spawnen oder nicht verstecken. Der killt dich einfach instant. Und der wirft einfach die Granate, ey. Der war ja doch immer noch irgendwo. Ja. Komm, ey. Ist gut. Nein! Nein! Ich komm weg! Hallo? Wo ist das andere Ding hingelaufen? Was denn? Marv nicht schlecht, aber ich glaub das wird's nicht. Nee, ich glaub auch nicht. Das ist schon wieder zu offensichtlich eigentlich. Das ist zu schlecht. Also zu basic. Ist Marv der Schulbus draußen? Ja. Ja. Ich mein so als Gitterfenster macht schon einiges her, aber irgendwie nee. Auf jeden Fall. Ah! Oh, oh jetzt. Okay, ich konnte kein Kaktus sein letzte Runde. Grab Sutting gleich. Nein, stimmt nicht. Du willst kein Kaktus sein? Ich wollte Kaktus sein, aber ich durfte nicht. Von dem Programmiergang. Wer hat die das nun verboten? Ja. Ja. Ich hab bei Valve angerufen und hab gesagt, Digga. Äh, Kaktus oder was? Ich find das so unverschämt, um ehrlich zu sein. Ja. Digga. Kaktus. Liegt der einzigste, der noch lebt? Kaktus ist ja auch unfair. Ja. Hängt alles von dir, Marv. Stimmt. Machen wir mal. Es gibt doch diverse Sachen, die egal sind, wie rum sie stehen. Autsch. Ne, aber Kaktus ist halt in alle Richtungen gleich gefährlich. Ja, genauso wie so ne Mülltonne. Ja, aber die Kaktus nur von einer Seite auch machen würde. Ne Flasche. Dumm, wenn die falsch um an der Wand steht. Hast du mich grad Flasche genannt? Hast du mich grad Flasche genannt? Ja, und ne Flasche steht ja wohl mit dem Logo nach vorne. Ja, mit dem Etikett, genau. Ja, genau. Da ist immer der Strichcode, ist immer genau ausgerichtet. Auch mein Arsch. Was hast du heute mit deinem Arsch? War am Ende bei jedes Gespräch mit deinem Arsch. Ich hab's heute irgendwie rektal ausgerichtet. Anal ist ja ausgerichtet, fürchte ich. War ein schönes Wochenende, ne? Ja. Das nächste Mal das Wochenende. Kennt ihr Artemis Berlin? Ehe nicht dabei. Kennt ihr die schwule Variante davon? Von TTT? Von was? Das ist mein Disneyland. Von TTT, ja. Das ist dein Disney. So, mein Freundchen. War schon das Disneyland für Kinder. Weißt du, Marv reißt das hier doch schon wieder ganz schön raus. Wo ist denn der Marv jetzt? Der muss ja mal gleich draufdrücken, ne? Richtig? Stimmt, jetzt! Was? Oh, was ein Sound, ey. Der alte Pro-Hand. Dope! Dope! Ja, die anderen hat alle gelöscht, die langen, weißt du. Ich hab nichts gehört. Dope! Oh! Oh, schnell Brille weg! Ey, ich kann schon hauen, das ist ja geil. Lass mich raus! Gott, ey! Oh, Fischkopf, ich hab dich gesehen, du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, das ist nicht cool. Kann sowas sein. Ne, das Versteck würde ich nicht nehmen. Don't too bad. Welches? Nein! Ja, ist vom Fischkopf. Ach, das ist der Fall, ne? Ja, jetzt ist das besser. Das hab ich schon, das weiß ich schon. Noch ein bisschen weiter. Ja, gut. Aber jetzt haben wir noch. Das so gut ist. Zeitlich abgeschritten, glaub ich. Zehn Sekunden sind noch, bis wir kommen. Ja, ihr seid frei. Was? Ihr seid frei. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Sollen sich hier verstecken, bis es Platz wird. Aber schwarze Kisten sehen doch komisch aus. Hier stimmt irgendwas nicht. Oh, Fischkopf! Entschuldige. Fischkopf, wie schaffst du es, dich eigentlich so als Zombie da draußen zu verkleiden? Das hab ich gut. Ich hab da angerufen bei Valve. Ja. Und dann hab ich mal gefragt, so nach der Kaktusnummer, ne? Digger Zombie. Oder was hast du gesagt? Ne, wieso? Ne, ich kenn ja Gabe ganz so. Auf ne Freundschaftsebene. Gabe? Gabe Newton. Kennst du? Das ist deine Geschichte. Das ist auch die schönere Geschichte. Mit Y. Hä? Gabe. Oh, hallo. Schönen guten Tag. Ich würde gerne eine Waschenschäle kaufen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist nur jetzt eine Tonne? Ernsthaft? Der hat die Granate überlebt. Also da ist der wohl... Ja, war doch wieder klar. Da stehen doch nur zwei. Ja, das will ja auch schon überlegen. Jungs. Ihr wollt ja eine Waschmaschine kaufen. Noch einer von euch? Hatte schon einen Grund. Alter. Fischkopf schon wieder, ey. Was? Fischkopf wieder voll der Pro. Wenn er erstmal wieder drücken muss, haben wir ihn doch, ey. Oh nein. Seid ihr alle tot? Gibt's noch Props? Ich glaube, er ist ein Herz, glaube ich. Ja. Es gibt noch Props. Nein, ich bin kein Herz. Es gibt noch Props. Kein Problem. Ich glaube, er ist eine Milchtüte. Ja, er ist eine Milchtüte. Er ist eine Milchtüte. Okay, ich bin eine Milchtüte. Ja, er ist eine Milchtüte. Ja, er ist eine Milchtüte. What the fuck? Alle Granaten raus. Ja. Alle essen hier. Dann geht sie gleich ab. Verdammte. Die Milchtüte. Die Fischkopf, die Milchtüte. Wie viele Runden noch haben wir eigentlich noch? Wie gesagt, da müsste zeitlich sein. Müsste was? Auf Zeit. Ach, die geht irgendwann auch, weißt du? Spiel auf Zeit. Genau. Guter Mann. Ich finde die Map nicht so toll. Muss ich sagen. Ich finde die geil. Es gibt wenig Sachen, die reinpassen auf die Map. Ich finde die geil. Ich finde die geil. Es gibt wenig Sachen, die reinpassen auf die Map. Ich habe ihn nicht gefunden. Das Köln willst du nicht. Links rum bist du. Du musst nach links rum. Okay. Ah, wer ist das denn? Oh, das ist keiner. Hä? Wieso? Verdammt. Wieso hat der Typ sein Herz zwischen den Beinen? Tja. Jetzt ist dein Kerl, ne? Sein Herz oder sein Herz? Sein Herz. Oh. Na gut, sein Herz. Sein Herz hätte ich jetzt geiler gefunden. So ein Herz zwischen den Beinen. Sein Herz. Sehr unauffällig. Sehr unauffällig. Es ist ein bisschen wie ich mich jeden Tag fühle. Mit so einem... Nein. Nein, lassen wir das. Nein. Okay. Muss nicht sein. Guck nicht so ins Regal. Guck nicht so ins Regal. Geh weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Auch nicht für zwei Leute. Das ist hier verdächtig. Bitte weitergehen ihr beiden. Oh, der dritte. Ist hier verdächtig, wenn du ins Regal gucken kannst. Guck nicht so ins Regal. Guck nicht so ins Regal. Geh weg hier. Okay, er ist nicht im Regal. Aber er ist irgendwo hier nebenan. Oh, was ist da los? Nein, die Greta hat mich nicht getroffen. Das war richtig knapp. Sind wir beide beim selben? Ich glaub schon. Ich lenke nur ab. Ich bin nicht da. Ja, ich auch nicht. Ist denn der Sausack? Geh ruhig aus dem Raum raus. Jo, zum Waschbecken. Genau, da bin ich auch nicht drin. Okay, wo ist er hier? Ja, ich auch nicht. Er ist irgendwo... Er glitscht durch die Wand. Er verstopft den Abfluss. Er glitscht? Hat jemand schon mal oben geguckt? Ja, das ist voll gelb hier drin. Das ist so komisch ey. Da rennen wir nach oben. Bitch, ich mach mal hier. Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do in the camp for you? Ist so ein Geil. Hier ist einer drin auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wo. Wer seid ihr denn hier? Wer singt denn gerade? Ich singe. Ah, okay. Siehst du mich? Auch cool. Willst ein Autogramm? Das ist eine super Versteckbar. Vorsicht. Ist keiner mehr unten? Ey. Jetzt ist er so hängen geblieben. Ich war schon alles vorhin. Schränke, etc. Okay, wo ist Grenz? Das ist geil. Draußen als Zombie, als Prop, kannst du dich sogar bewegen. Also richtig so wie die. Also Ralf, ich muss dir ehrlich sagen. Zuhause bei mir, ja privat, hab ich genau das gleiche wie du an der gleichen Stelle. Also da wo du jetzt bist, das hab ich auch. Sehr sinnvoll. Ja, es ist immer gut da sowas zu haben. Es geht um ein Verrunkel am Arsch. Wobei wir wieder beim Thema wären, ja? Wow! Oh crap. Oh crap. Ich will wieder doch. Aua. War sehr schön. Oh nein! Oh nein! So Glück übertönt deins meins. Oh mein Gott, ey. Was hast du heute für Lieder, ey? Aber Fischkopf ist gleich wieder nach oben. Rufsgen, was suchst du denn? Alles clean, ey. Alles clean. Kann nicht sein. Irgendwo hier steckt. Ah, da ist er wieder. Und wieder weg. Uh, das war kloppen. Ist ja geil so. Ich kann ja sogar den anderen Props sehen. Das ist ja witzig. Kannst du mal auf, um meine Kollegen hier frei zu räumen? Nee, geht leider nicht. Ey, was geht ab? Wieso kann ich dich nicht zerschießen? Kann ich dich nicht zerschießen? Wo ist die Action? Oh nein. Alter Schwede. Wieso, wieso konnte ich denn... Du hättest noch einmal weiterschießen müssen. Ich hab halt 80 AP als Kanz. Auch schon nun. Schon genial. Ralf, ey. Nicht schlecht. Ja, Mann. Ich bin auch begeistert. Was ist Kranz? Ich bin doch nicht der Stuhl. Kranz? Oh, oh. Er kommt zum Regal. Was ist Kranz denn? Muss ich wieder drücken bei 1, ja? Kranz, ich glaub... Das ist auch nicht schlecht. Ja, drückt mal, drückt mal, Leute. Also ich glaub, Dardosch, der wird's auf jeden Fall auch schaffen. Oh, wer hat hier zurückgehupft von euch? Ja, 2. Das könnte 3 Punkte für uns geben. Ich bin mal raus ins Auto gerade. Also ich glaub, ich seh jemanden. Nein. Doch, nein. Ralf wird nicht gefunden in der Zeit. Scheiße. Das ist so witzig. Aber Dardosch auch nicht. Ja, das ist auch super. Der alte Schniedel. Der alte Schniedel, ja. Oh, jetzt schau dir das mal an von vorne. Nein! 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 Was? Wie bist du da rausgekommen? Was wolltest du mir sagen? Ja, dass du alle Fässer wirklich nicht weggetragen hast, außer meins. Und dann dachte ich, oh, das muss ja sein. Aber dein Fass geht ja nicht anders. War halb in der Wand drin. Ja, das gehört zur Einrichtung. Ne, ich hing auch fest. Ich hoffe, die haben sich nicht gemerkt, dass ich ihn die ganze Zeit sehen konnte. Oh, da kommen sie ja immer nach unten. Alter, ich hing mal festhängen am Brett. Ach, das ist Grenz. Okay. Ja. Wo ist Grenz? Unterm Schrank. Unterm Schrank, ja. Unterm Schrank. Und Ralf ist auf die Toilette. Ja, Ralf ist los. Ralf ist auf die Toilette, ja. Scheiße, wo war's denn? Und vorbei. Granatestarker Abgang, Ralf würde ich sagen. Wo bist du denn? Hier hinter dir. Die Proppels haben gewonnen. Müsste jetzt eigentlich zu Ende sein. Ja, wollte ich grad sagen. Gute Runde. 3 zu minus 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.